So, meine Damen und Herren, da kommen wir dann halt zum sechsten und letzten Rennen der Fall-Off-Season in der Classic GT Red World Series Finals in White. Und drei Runden. Hier kann es vielleicht sein, dass wir jetzt vielleicht nochmal ein Auto kaufen müssen, da wir, wie ich am Anfang des ersten Videos der Season 7 gesagt habe, Season 6 erstmal übersprungen habe. Falls ihr das Video nicht vermutet habt, springt nochmal zum ersten Video zurück der Grid World Series, also unserer Season Nummer 7. Da wisst ihr, warum ich Season 6, die in White, erstmal übersprungen habe. So, er hat natürlich am meisten Leistung, der letzte. Oh, ist auch ein Ferrari. Kostet nur 85.000 Euro. Von der Optik sieht natürlich der hier besser aus. Aber wir kaufen trotzdem mal ein Ferrari. Weil mit dem fahren wir jetzt. Dann machen wir auch erstmal ein Quali. Dass er mich erstmal mit dem anderen Auto krönen kann. Ich denke... Oh, lässt sich gut lenken, momentan. Und dann... ...Pullzeit ist eine 1.57.0. Okay... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, sieht nicht schlecht aus von dem. Oh, jetzt haben wir vier Runden. Oh, jetzt fahren wir ohne Quali. Okay, es wird angegriffen. Okay. 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 Die sagt immer so schön, was nicht passt, wird passend gemacht. Okay. 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 Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Oh, ich hab den mal ganz so leicht berührt. Oh, ich hab den mal ganz so leicht berührt. Oh, ich hab den mal ganz so leicht berührt. Oh, ich hab den mal ganz so leicht berührt. Das sind unsere 207.000. Und dann machen wir auch gleich das nächste Rennen hinterher. Level Up ist nicht, aber wir sind an unseren 8,4 Millionen Rennen. Das heißt, nach dem nächsten Rennen haben wir unsere 8,5 drinnen. Das ist das Nimo, was ich hier 1 angegeben hatte. Oh, 3 Runden. 6 Kilometer. Ohne Quali. Ohne Quali. Ohne Quali. Ey, du Stricher. Ohne Quali Quali Quali. Ohne Quali 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 Qual Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da bin ich froh, dass das praktisch das letzte Rennen ist Das war's. 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 Das war's.